Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben heute wieder einen Livestream der Fraktion geschaltet. Es geht uns heute um das Thema ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Der Abgeordnete Jörg Kubicki wird uns dazu eine Diskussionsgrundlage geben und wir haben eine Neuerung heute eingeführt. Zum ersten Mal wird die Möglichkeit bestehen, sich in einem Chat an der Diskussion zu beteiligen. Dazu sind natürlich diejenigen, die das jetzt hören, ganz herzlich eingeladen. Aber ich nehme auch an, dass die Information schon seit heute Morgen an die Zuschauerinnen und Zuschauer gegeben wird. Und ich übergebe jetzt an Jörg Kubicki das Wort, damit die Diskussionsgrundlage zunächst gegeben wird. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gut. Ich freue mich, dass wir heute diese Live-Diskussion haben hier. Wir haben im Ressort Soziales unsere Thesen zur, und ich nenne es jetzt nicht nur ärztliche Versorgung, sondern medizinische und ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, schon einmal behandelt und noch einmal überarbeitet. Und wollen die euch heute vorlegen. Wichtig ist es aber auch, dass ich einige Vorbemerkungen machen muss, damit auch das Verständnis noch einmal geweckt wird, wie funktioniert überhaupt Gesundheitswesen jetzt in diesem Land. Die Gliederung kann hier eingesehen werden. Also erst einmal Grundprinzipien der Funktionsstruktur des Gesundheitswesens, werden wir nennen. Wir werden kurz eingehen auf die gegenwärtige Versorgungssituation in Thüringen. Ich werde eine kurze Information machen über neue Festlegungen der Bedarfsplanung bei der Niederlassung von Ärzten und dann auf unsere Thesen, die wir vorschlagen, in den Diskussionsprozess zu führen, eingehen. Zum ersten Teil. Wie funktioniert das Gesundheitswesen? Weil jeder ist ja in irgendeiner Art und Weise immer mal mit dem Gesundheitswesen, ob durch Arztbesuche oder wenn ich in die Apotheke gehe oder ins Krankenhaus muss, mit dem Gesundheitswesen konfrontiert oder berührt und muss Dienstleistungen in Kauf nehmen. Und viele fühlen auch bestimmte Auswirkungen des Gesundheitswesens und denken dann, na dann Politik, dann entscheide mal und mach mal. Aus dem Prinzip möchte ich jetzt grundsätzlich darlegen, dass das Gesundheitswesen in diesem Land, in dieser Republik gekennzeichnet ist durch das Prinzip der Selbstverwaltung. Und das ist nicht nur im Bereich Gesundheitswesen so, sondern im gesamten Bereich der Sozialsysteme in dieser Bundesrepublik. Das heißt also, es gibt Selbstverwaltungsorgane in den Sozialversicherungen, aber auch bei den einzelnen Bereichen des Gesundheitswesens, die im Prinzip getragen werden durch die Akteure im Gesundheitswesen selbst. Als Organe der Selbstverwaltung möchte ich kurz nennen, da haben wir einmal den Bundesverband der Krankenkassen auf der Bundesebene. Dieser Bundesverband regelt insbesondere die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbung, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Und dann gibt es den gemeinsamen Bundesausschuss. Und in dem gemeinsamen Bundesausschuss sind im Prinzip die Selbstverwaltung der Krankenkassenmitglied und die Selbstverwaltung der Beteiligten an der medizinischen Versorgung, insbesondere die Ärzte. Und das muss man wissen. Eben zum Beispiel dieser Bundesausschuss legt zum Beispiel die Leistungskataloge fest. Der legt fest, was ist notwendige medizinische Versorgung, was sind Zusatzversorgungen. Und dieser Bundesverband legt die Leistungen fest, die durch die gesetzlichen Krankenkassen im Prinzip vergütet werden. Also das muss man an dieser Stelle erst mal wissen. Das Prinzip, wie das in Thüringen funktioniert. Wir haben in Thüringen einerseits als Selbstverwassungsorgan die Kassenärztliche Vereinigung, also die KV. Die KV ist verantwortlich für die Niederlassung von Ärzten im ambulanten Bereich. Also ich will das jetzt noch einmal sagen, wenn jetzt in den Ort ein Arzt fehlt, dann kann zwar der Ort sich bemühen, einen Arzt zu bekommen, aber die Niederlassung und die Zulassung muss durch die Kassenärztliche Vereinigung erfolgen. Die KV ist verantwortlich auch für die Sicherstellung der notärztlichen Versorgung. Das haben wir hier im Landtag beschlossen. Und die Kassenärztliche Vereinigung ist so verantwortlich für die Vergütungsverhandlungen mit den Kassen über die ärztlichen Honorare. Dabei sollten wir auch wissen, dass die Ärzte eben nicht direkt mit den Krankenkassen abrechnen, wenn die Leistung erbringen, sondern ihre Rechnung gehen an die Kassenärztliche Vereinigung. Die Kassenärztliche Vereinigung kriegt von den Kassen ein Budget, verwaltet das und von diesem Budget unter anderem werden auch die Honorare der Ärzte bezahlt. Im Bereich der Zahnärzte ist es die Kassenzahnärztliche Vereinigung mit ähnlichen Aufgaben wie die Kassenärztliche Vereinigung. Wir haben dann noch die Landesärztekammer. Das ist vor allem die standesgemäße Vertretung der Ärzte und die politische Interessenvertretung der Ärzte. Und sie ist verantwortlich für die Qualifizierung und Weiterbildung der Ärzte. Und dann haben wir auch noch eine wichtige Gesellschaft, die Landeskrankenhausgesellschaft, die verantwortlich ist für die Interessenvertretung der Thüringer Krankenhäuser und vertritt die Interessen der Krankenhäuser besonders dann, wenn es um die Krankenhauspläne geht. Da komme ich aber noch mal drauf zurück. Jetzt würde ich kurz was sagen zur Ausgangssituation, wie das in Thüringen gerade aussieht, mit der Anzahl der Ärzte, wie viele Ärzte haben wir. Weil gefühlsmäßig stellen wir immer wieder fest, es fehlen Ärzte. Was den Bereich der Krankenhäuser betrifft, müssen wir feststellen, von 2000 bis 2012 ist die Zahl der Ärzte um 38% gestiegen, von 3.490 auf 4.827 Ärzte. Auf die Quellen, die wir uns berufen, kann man nachlesen, Landesärztekammer Thüringen und die KV. Also im Krankenhausbereich haben wir einen Ärzteanstieg. Wir wissen aber auch, dass viele Ärzte, und wer sich im Krankenhaus auskennen, durch Besuche oder selbst schon mal im Krankenhaus war, viele Ärzte kommen nicht aus unserem Raum, sondern kommen vorrangig auch jetzt schon aus dem Ausland und vor allem aus den osteuropäischen Ländern. Und teilweise Ärzte von uns gehen weiter westwärts zur Arbeit. Also hier haben wir auch da eine Verschiebung. Was die Hausärzte betrifft, die Zahl der Hausärzte ist von 2000 bis 2012 um ca. 12% gesunken. Von 1.640 auf 1.466 ist das gesunken. Und Ärzte im ambulanten Bereich haben wir insgesamt in Thüringen 3.385 Ärzte und davon 1.054 Allgemeinmediziner und 2.331 als Fachärzte kann, wie gesagt, nachgelesen werden. Wichtig ist auch für die Zukunft die Altersstruktur der Ärzte. Und da müssen wir feststellen, Ende 2010 waren 590 Hausärzte und 606 Fachärzte über 50 Jahre alt. Wo wir also damit rechnen müssen, dass die innerhalb der nächsten 15 Jahre ihre Praxis und ihre Tätigkeit aufgrund ihres Alters aufgeben werden. In Thüringen sind derzeit, das muss ich aber sagen, das sind jetzt alte Zahlen. Ich werde auch erläutern, warum es jetzt neue Zahlen gibt, aber alte Zahlen, weil wir eine neue Bedarfsplanung nämlich haben. Derzeitig fehlen in Thüringen oder sind Arztsitze offen, 218.000 Hausarztsitze, 28 Facharztsitze und 43 Psychotherapeuten-Sitze sind offen. In den Planungsbereichen, wie wir sie bisher haben, in den Landkreisen, aber ab 1. Januar gibt es neue Planungsbereiche, sage ich dann noch, existiert keine Unterversorgung. Auch wenn wir das und die Bürger das anders fühlen, müssen wir an der Stelle sagen. Es gibt eine drohende Unterversorgung im Bereich der Augenärzte, im Unschluthainischkreis, im Landkreis Goda. Und in einzelnen Bereichen, es gibt neun Bereiche, wo ein Bedarf an Hausärzten und acht Bereiche bei Fachärzten sind. Aber das sind jetzt nicht die Versorgungsstrukturen, sondern das sind einzelne Orte, wo gegenwärtig Ärzte fehlen. Es gibt, und darüber möchte ich noch informieren, ab 1. Januar 2013 neue Festlegung der Bedarfsplanung. Und das ist durch den Bundesgesetzgeber mit dem Versorgungsstrukturgesetz im Prinzip gekommen. Bisher hatten wir in Thüringen als Versorgungsbereiche 20 Landkreise. Jetzt haben wir 34 Mittelbereiche neu. Die können hier vorn auf der Tafel eingesehen werden. Die erläutere ich jetzt nicht. Das können wir als positiv bewerten, weil dadurch der Versorgungsbereich kleiner geworden ist. Und ich kann regionaler den Bedarf feststellen und planen. Man hat allerdings, das muss man sagen, das ist hier ersichtlich, die Bedarfszahlen für die Berechnung von Anzahl von benötigten Ärzten allerdings auch verändert. Und wir müssen sagen, im Prinzip schön gerechnet. Bisher war die Berechnungsgrundlage 1.659 Einwohner auf einen Hausarzt. Jetzt hat man diese Zahl erhöht auf 1.671 Einwohner pro Hausarzt. Und das war vor dem Zensus. Und man hat auch, da gibt es dann noch einen Demografiefaktor, wo das dann multipliziert wird, den hat man auch verändert. Nämlich der Demografiefaktor, das war immer der Anteil bisher der 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung. Und jetzt hat man das erhöht auf 65 Jahre. Und wenn ich dann vorhin gesagt habe, in Thüringen fehlten bisher 213 Hausärzte, so sind das jetzt nur noch 77. Also so kann man auch den Ärztebedarf schön rechnen, der vorhanden ist, das muss man an der Stelle sagen. Das Nächste, was ich noch gezeigt habe, nur zur Information, sind jetzt nach der neuen Bedarfsplanung hier sind die neuen Versorgungsbereiche in dieser Tabelle enthalten. Die erläutere ich jetzt nicht. Das sind da, wo jetzt offene Zulassungen von Ärzten noch möglich sind. Und wenn ich jetzt meinen Heimatbereich hier feststelle, zum Beispiel in Mühlhausen, hier sind ausreichend versorgt mit Ärzten. Zumindest nach dieser Berechnung jetzt gefühlt, ist das aber ganz, ganz anders. Und nun zu unseren Lösungsvorschlägen in Form von Thesen. Und bevor ich aber zu unseren kommen, möchte ich noch mal ganz kurz erläutern, was die Landesregierung bisher gemacht hat. Maßnahmen der Landesregierung. Es gibt also die Stiftung zur Forderung ambulanter ärztlicher Versorgung, Stiftungsmitglieders dort der Freistaat Thüringen und die Kassenärztliche Vereinigung. und die vergeben zum Beispiel Stipendien zur Weiterbildung von Fachärzten und der Allgemeinmedizin und geben auch Darlehen aus, wenn sich ein Arzt hier in Thüringen niederlässt, ein junger Arzt. Sie betreiben auch in Gotha und in Gräventhal Eigeneinrichtungen, das heißt also angestellte Ärzte, durch diese Stiftung. Es wurde weiterentwickelt, ein eingeführter Lehrstuhl für Allgemeinmedizin. Es gibt die Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin zwischen der Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung. Und das ging jetzt durch die Nachrichten, die sogenannte Gemeindeschwester als Modellprojekt im Landkreis Sommer, da hat sich jetzt der Bauminister damit ja in den Nachrichten hervorgetan, WERA genannt, also Versorgungsassistenz in der häuslichen Praxis. Gemeindeschwester. Ich möchte an dieser Stelle aber sagen, das hat, in Mecklenburg-Vorpommern hieß es Agnes, bei uns heißt es WERA hier in Thüringen. Das hat aber, liebe Kolleginnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nichts mit der Gemeindeschwester zu tun, wie wir es mal vor 1989 kannten. Vor 1989 war das eine Gemeindeschwester, die war in der Kommune, im Dorf oder in der Stadt angestellt und hat medizinische, dahingehend medizinische Notversorgung geleistet und hat natürlich auch bestimmte Aufgaben des Arztes, wie Insulinspritzen, Verbände anfertigen und dergleichen Nachkontrolle, wenn jemand mal einen Unfall hatte, musste genäht werden, gemacht. Also die hatte eine zusätzliche medizinische Ausbildung gegenüber einer normalen Krankenschwester. Diese Gemeindeschwester hier ist so vorgesehen, in der Regel angestellt bei einer Arztpraxis oder einem MVZ, hat einen Laptop bei sich und fährt im Auftrag des Arztes zu Patienten und macht dort Nachkontrollen beziehungsweise über den Laptop dann, was möglich ist, konsultiert sich sie mit dem Arzt. Also sie macht vor Ort keine ärztliche Diagnose und dergleichen mehr, sondern sie macht eben sozusagen Kontrollbesuche und eine Erstdiagnostik und leitet das an dem Arzt weiter. Also das möchte ich an der Stelle sagen, das hat nicht mit Schwester Agnes oder sowas von früher, wie wir es kennen, mit der Schwalbe zu tun, die dann durch die Dörfer fährt. Das ist die Situation hier. So, aber jetzt zu unserem Hauptpunkt, zu unseren eigenen Thesen, was wir gerne in den Diskussionsprozess einbringen würden, was wir diskutieren sollten als Linke, wie könnte die medizinische Versorgung im ländlichen Raum aussehen. Ausgangspunkt ist erstmal unseres Herangehens, dass wir die medizinische und ärztliche Versorgung nicht als Einzelgebiet betrachten müssen, sondern wir sind davon ausgegangen, das ist ein Bestandteil der sozialen Daseinsvorsorge in unseren Kommunen, in unseren Städten und im ländlichen Raum. Und da müssen wir uns generell die Frage stellen, wie soll insgesamt die soziale Daseinsvorsorge im ländlichen Raum gestaltet werden. Auch spielt hier eine Rolle mit, wie gestalten wir zum Beispiel den ÖPNV, die Schulnetzplanung, die Kita-Struktur und weitere weiche Standortfaktoren. Ich möchte das aus dem Grunde sagen, dass das auch wichtig ist, weil ich einfach die Frage in den Raum werfen soll und möchte, warum soll ein junger Arzt mit seiner Familie aufs Land ziehen, wenn gerade die Kita oder die Schule geschlossen wurde. Das müssen wir natürlich auch sehen, weil das ist auch was Standortfaktoren, ob sich dort ein Arzt niederlässt oder nicht. Und wir müssen insgesamt noch klären, die Rolle der Städte und des ländlichen Raums. und wir müssen uns auch Gedanken machen über die Größe von Gemeindestrukturen. Warum, das werden Sie dann noch merken, wenn ich unsere Thesen erläutere. Grundprinzip ist erst mal das, was wir vorschlagen. Und das hat jetzt nicht nur was mit der medizinischen Versorgung zu tun, sondern generell mit der sozialen Daseinsvorsorge, dass ich vorschlage, wir sollten in einer Verwaltungsgemeinschaft oder Landgemeinde, jedenfalls in einer Verwaltungsstruktur, die im ländlichen Raum ist, sollten wir Sozialzentren schaffen. Die Sozialzentren sind jetzt nicht zu betrachten als ein Gebäude, sondern als eine Institution, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und das Sozialzentrum sollte im Prinzip Aufgaben haben, wo der Mittelpunkt und Ansprechpartner vorhanden sind für die Gestaltung des sozialen Lebens. Ansprechpartner für Vereine und Verbände. Dort sollten Räume zum Beispiel vorhanden sein, wo Vereinstätigkeit stattfinden kann, wo Sprechstunden von Vereinen und Verbänden gemacht werden können, also wo im Prinzip die Kommunikation der Menschen stattfindet, wo Vereinsarbeit durchgeführt werden kann. Aber auch diese Sozialzentren dazu nutzen, dass an diesen Sozialzentren, und den Begriff haben wir bewusst gewählt, ein Landambulatorium angesiedelt werden kann. Und zum Beispiel kann auch in diesen Sozialzentren die Versorgung von Demenzkranken durchgeführt werden, Tagesgruppen eingerichtet werden, dergleichen mehr. Und ich hatte das eingangs gesagt, Landambulatorien sollten dort mit angesiedelt werden. In diesen Sozialzentren, in diesem Verwaltungsgebilde, arbeitet ein Koordinator für soziale Dienste. Und dieser vernetzt vor allem alle sozialen Angebote, die es in dieser Region gibt, oder in diesem Verwaltungsgebild. Er ist Ansprechpartner für die Menschen in sozialen Angelegenheiten. Und er koordiniert die Beratung durch Behörden und Verbände und plant die Durchführung auch von Veranstaltungen. Mit dieser Planstelle, die wir dort schaffen wollen, die kann bei der Gemeinde angesiedelt werden, die kann bei einem sozialen Träger angesiedelt werden, kann auch, das möchte ich an dieser Stelle sagen, auch das Problem Pflegestützpunkte mitgeklärt werden. Weil wir haben gegenwärtig ja in Thüringen nur vier Pflegestützpunkte. Aber hier könnten wir das Problem Pflegestützpunkte oder die Aufgaben von Pflegestützpunkten mit integrieren, weil es darum geht, die Menschen zu beraten, die vor der Pflegebedürftigkeit stehen oder Angehörige von Pflegebedürftigen, welche Angebote gibt es in der Region und die Vernetzung herstellen. So, und wir sollten bei der Schaffung dieser Stelle Koordinator für soziale Dienste, wie wir es hier nennen, auch in den Diskussionsprozess führen, zur Finanzierung unserer Prinzip der Sozialpauschale, was wir ja nicht aufgegeben haben. Also das könnte zum Beispiel durch eine Sozialpauschale finanziert werden. Der Koordinator arbeitet natürlich auch mit allen ehrenamtlichen Kräften dort zusammen und könnte auch Anlaufstelle sein für die Diskussion, die wir schon mal geführt haben, was die Kollegin Leugefeld dort vorgeschlagen hatte, was die Frage ÖBS betrifft. Aber da würde ich noch mal kommen dazu. Solche ähnliche Sachen gibt es schon. Und dabei möchte ich nennen zum Beispiel das soziale Gemeindezentrum in Marksul, was angegliedert ist an das kommunale Krankenhaus Bad Salzung. Oder es gibt im Unstutt-Heinig-Kreis in der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheiligen gibt es eine Stiftung Landleben, die zum Beispiel altersgerechtes Wohnen anbietet, die aber auch sogenannte Landengel jetzt ins Leben rufen wollen, was solche Koordinatoren sind. Finanziert wird das teilweise über Lieder und wir müssen sehen, eventuell auch über ESF. Nun zu der Problematik Landambulatorium, was wir vorschlagen. Also in jedem Verwaltungsgebilde gibt es ein Landambulatorium. Das Landambulatorium muss ich jetzt sagen, das kann finanziert werden durch die Gemeinde, aber da sehen wir gegenwärtig Probleme. Das hat mit der Finanzausstattung der Kommunen etwas zu tun. Kann auch in Form eines medizinischen Versorgungszentrums, also eines sogenannten MVZs, erfolgen. Kann angegliedert sein auch an einem Krankenhaus oder kann selbst durch Ärzte betrieben werden. In diesem Landambulatorium arbeitet mindestens ein niedergelassener oder angestellter Arzt, ein Allgemeinmediziner. Und es sollten in diesem Landambulatorium nach Möglichkeit auch zusätzliche Behandlungsräume, Praxisräume eingerichtet werden für Fachärzte. Und wenn sich kein Facharzt dort niederlässt, wie zum Beispiel Zahnarzt oder Orthopäde oder dergleichen mehr, dass aber diese Räume, die dort eingerichtet sind, von Fachärzten genutzt werden können, die aus dem Krankenhaus kommen oder die aus dem nächstgelegten Mittelzentrum oder Stadt kommen und dort tageweise in diesem Landambulatorium eine Sprechstunde abhalten und eine erste Diagnose und Behandlung durchführen, wenn es zu weiteren Fachbehandlungen kommt. Weil wir können ja nicht überall alle Instrumente und Behandlungsmaschinen, will ich mal sagen, dort installieren, wo dann die weitere Behandlung natürlich in der Facharztpraxis dann stattfindet. Wir sollten auch über solche Sachen nachdenken und da schlagen wir vor, dass zum Beispiel auch Zubringerdienste von Patienten zu Ärzten organisiert werden. Also Hausbesuche von Ärzten in dem Sinne, bei der geringeren Anzahl von Ärzten wird kaum noch möglich sein. Deshalb sagen wir auch, dass zum Beispiel aus diesem Verwaltungsraum, aus den benachbarten Dörfern, die alle zu diesem Verwaltungsgebilde gehören, auch ein Zubringerdienst, sogenannter Patientenshatteldienst, organisiert wird, der dann zu bestimmten Sprechstunden sozusagen die Ortschaften abfährt und fährt die Patienten in die Sprechstunde und dann wieder nach Hause beziehungsweise auch in bestimmte Facharztpraxen dann meinetwegen in die Kreisstadt. Da kommen wir aber zu der Problematik, wie gestalten wir den ÖBS im ländlichen Raum beziehungsweise wie können wir zum Beispiel für so einen Shuttle-Verkehr auch, ich will mal sagen, Planstellen des öffentlichen Beschäftigungssektors dort nutzen. An diesem Landambulatorium könnten dann angesiedelt werden weitere medizinische Angebote. Dort könnten sich Apotheker niederlassen, weil wir wissen das, geht in der Ortschaft der Arzt oder gibt seine Niederlassung auf, verschwindet kurze Zeit später auch die Apotheke dort. Das heißt also, wir könnten dort auch Apotheken ansiedeln und im Prinzip weitere Dienstleistungen wie Pflegedienste beziehungsweise Physiotherapie. Wichtig ist, dass dazu natürlich auch in den Landgemeinden weiche Standortfaktoren geschaffen werden muss. Eine Stellschraube sollte auf alle Fälle auch sein, um Ärzte auf das Land zu bringen. Neue Regelungen bei der Vergütung dieser Ärzte, die in diesem ländlichen Raum tätig sind, vor allem der Allgemeinmediziner, aber auch wenn sie Fachärzte niederlassen, weil die Vergütung der Landärzte sollte anders sein wie die Vergütung eines Arztes in der Stadt, weil er mehr Aufwand hat, größere Wege hat, auch zu den Patienten teilweise. Das sollte auch entsprechend vergütet werden. Auch wir sind für die Problematik und könnten uns das vorstellen, das System der Gemeindeschwester, wie das ausprobiert wird, aber da sagen wir wieder, das muss eigentlich eine Gemeindeschwester sein, die dann an diesem Landambulatorien angesiedelt ist und dann im Prinzip dann den Patienten zu Hause aussucht und bestimmte medizinischen Tätigkeiten wie Verbände zum Beispiel Spritzen geben und sowas durchführt. Was wir dazu brauchen, was die Versorgung ist, das Ganze, also wir sagen erst mal auch, wir brauchen ein Landesprogramm dazu, was notwendig ist für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum und in diesem Landesprogramm sollten eigentlich alle Mittel, die bisher verstreut sind, also Bundesmittel, also Fördermittel des Landes, aber auch die Mittel der Kassenärztlichen Vereinigung, die jetzt in die Stiftung gehen zum Beispiel, sollten dort gebündelt werden. Ich möchte jetzt noch einen Punkt eingehen, weil der uns demnächst einholen wird, weil gestern hatten wir es in den Fächern gehabt, die Landesregierung wird das neue Krankenhausgesetz oder die Novellierung des Krankenhausgesetzes, bringen auch Krankenhäuser gehörend zur medizinischen Versorgung und das würde ich gern vorschlagen, die Krankenhausplanung, aber das hat Diskussionsprozess, weil wir, oder ist ein Diskussionsprozess, weil wir auch demnächst klären müssen mit der Krankenhausplanung, mit dem Krankenhausgesetz zum Beispiel, muss jedes Krankenhaus, jede Fachabteilung vorhalten. Wie groß muss eine Fachabteilung in einem Krankenhaus sein, damit sie auch effektiv arbeitet? Also das sind Strukturfragen. Mein Vorschlag ist, wir haben vier Tönger Planungsregionen, in jeder Planungsregion gibt es ein Krankenhaus mit überregionalem Versorgungsauftrag und spezialisierten Fachabteilungen, also grundsätzlich Grundversorgung wird angeboten, Notfallversorgung wird angeboten, aber dann gibt es hochspezialisierte Fachabteilung, zum Beispiel Unfallchirurgie, Orthopädie, kann Kardiologie sein, kann Gefäßchirurgie sein, so will ich das mal sagen, Herzchirurgie oder Neuschirurgie. Und die weiteren Krankenhäuser, die es dann in dieser Planungsregion gibt, bieten an die Grundversorgung und die Notversorgung und spezialisieren sich dann nur noch auf wenige Fachabteilungen. Das heißt also, die Krankenhäuser müssen untereinander absprechen, welche Fachabteilungen werden vorgehalten. Das heißt also, nicht jedes Krankenhaus muss eine Orthopädie haben, nicht jedes Krankenhaus muss eine Kardiologie haben und ich sage das hier auch bewusst, das ist meine Meinung, nicht jedes Krankenhaus muss auch Kinderheilkunde anbieten. Aber wenn jedes Krankenhaus in der Region spezielle Fachabteilungen anbieten, dann könnte es uns gelingen, dass auch keine Krankenhäuser wegen irgendwelchen finanziellen Notsituationen oder dergleichen geschlossen werden. Aber darüber müssen wir reden, weil das ist natürlich ein Diskussionsprozess, der dann auch bei der Bevölkerung geführt wird. Weil heute ist es nicht mehr, wie oft die Diskussion führt, die Bettenzahl eines Krankenhauses ist entscheidend. Das ist alles Quatsch. Bettenzahl spielt heute eigentlich gar keine Rolle mehr. Heute geht es noch um Fallzahlen. Und da geht es darum, wie viele OPs zum Beispiel in dem Krankenhaus durchgeführt werden. Das ist das Entscheidende, nicht wie viele Betten drin stehen. Dass das nicht unser Ding ist, wie das mit den Fallzahlen funktioniert, das wissen wir. Hier geht es jetzt erst einmal aber meiner Meinung nach um strukturelle Fragen. Zum Schluss will ich natürlich noch auf ein Problem eingehen, Ausbildung von Ärzten und Apotheker. Also wir müssen es erst einmal schaffen. Deshalb habe ich das mit den Krankenhäusern auch gesagt. Wir brauchen mehr Krankenhäuser, die Lehrkrankenhäuser sind. Das heißt also Krankenhäuser, die Fachärzte ausbilden. Weil die Facharztausbildung erfolgt dann in den Krankenhäusern. Und wir sollten auch nachdenken über neue Zugangsschlüssel zum Medizinstudium. Bisher steht ja an erster Stelle der Numerus Clausus. Montgomery, hier der Chef der Bundesärztekammer spricht jetzt von einem Eignungstest für Studienbewerber. Aber nachdem wir unsere Thesen schon fertig hatten, muss ich an dieser Stelle sagen, ist so etwas ähnliches, wie was wir vorschlagen. Also Numerus Clausus kann durchaus sein, ist so jetzt noch, und die Lehrstühle an den Universitäten haben jetzt schon Möglichkeit, neben den Numerus Clausus, es gibt ja auch Bewerber mit Wartezeiten, von diesen Bewerbern mit Wartezeiten nach anderen Kriterien, Leute, noch zum Studium zuzulassen. Und wir sagen, dass zum Beispiel Studienbewerber zum Arztstudium, die schon berufliche Erfahrungen haben, zum Beispiel die schon in der Arztpraxis gearbeitet haben, die als Rettungssanitäter gearbeitet haben und dergleichen mehr, die auch schon etwas älter sind, dass die bessere Zugangsmöglichkeiten zum Studium haben, dass die bei der Zulassung stärker berücksichtigt sind, weil ich ganz einfach die These vertrete, wer hier schon wohnt und hat sich was aufgebaut und hat auch eine Familie, der bleibt auch in Thüringen und ist bereit, in Thüringen zu arbeiten. Diese These von uns hier wird auch unterstützt, auch von der Landesärztekammer, die das ähnlich sieht. Wir haben ja viele Gespräche im Voraus geführt. Und das könnte eine Möglichkeit sein, eben mehr Ärzte nach dem Studium zu bewegen, auch in Thüringen zu sein. Als allerletztes haben diese Vorstellungen, die es vielleicht gut klingt oder heute auch auf Kritik stoßen, das werden wir jetzt im Diskussionsprozess sehen, natürlich auch bestimmte Grenzen, weil wir können es nur mit der Politik oder mit gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht festlegen. Wir machen es so, weil wir stoßen an die Grenzen hier der Selbstverwaltung. Und wenn wir auch immer wieder sagen, zum Beispiel stärker Vernetzung stationär und ambulant, Widerstände erfolgen dort zum Beispiel durch die KV. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Und bei der Krankenhauslandschaft, so schön wie das klingt, jetzt mit der Krankenhausplanung. Wir haben kommunale Krankenhäuser, wir haben private Krankenhäuser. Und wir erleben jetzt so etwas Ähnliches in Streit in Suhl, zwischen der SH-Klinik in Suhl, wo es um MVZ geht, und dem kommunalen Krankenhaus in Schmackhalden. Genau, da erleben wir das, diese Interessenkonflikte. Weil hier geht es um den Markt, leider ist es so. Hier geht es um Marktanteile. Und das macht das Ganze so schwierig. Und wir müssen sagen, also hier muss der Staat aus unserer Meinung nach eine Koordinierungsfunktion machen. Und das beginnt eben mit der Krankenhausplanung, was die Krankenhäuser betrifft. Da kann man gesetzlich was machen. Aber man muss die anderen ins Boot holen. Und die Krankenhausplanung ist bis jetzt noch nicht zustande gekommen, weil eben auch die Landesregierung an den Interessenkonflikten zwischen den einzelnen Kräften dort gescheitert ist. So, und da sage ich, wie wir weiter vorgehen wollen, nur ganz kurz. Wir wollen, wenn wir das heute hier parat haben, wollen wir dann ein Fachgespräch machen mit Akteuren noch mal draußen vor Ort. Wir wissen noch nicht, machen wir das getrennt nach stationären Bereichen oder ambulanten Bereichen. Wenn wir das nämlich gemeinsam machen, gibt es dann gleich den Streit hier am Tisch. Und wir werden uns noch in diesem Jahr mit der Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung setzen, weil die ja schon mal das Prinzip Landambulatorium angehen wollten. Allerdings ist es nicht so richtig geglückt. Und da wollen wir uns natürlich mal die Ursachen auch angucken. Warum? Ich bedanke mich. Erst einmal ganz herzlichen Dank an Jörg Kubicki und an Cordula Eger für die Vorbereitung dieser Grundlage unserer Diskussion. Und Stefan Bogaba. Ja, unser Chat ist zwar ein bisschen zögerlich losgegangen, aber wir haben zwei Fragen, die ich gerne jetzt mit hier reinbringen möchte. Die eine ist etwas allgemeiner. Bei uns auf dem Dorf gibt es keinen Arzt mehr. Was kann man da machen? Im Prinzip ist das das Thema der heutigen Diskussion. Die zweite ist etwas konkreter. Wie viel Berufserfahrung muss eine Krankenschwester haben, um zum Medizinstudium zugelassen zu werden? Vielleicht ließe sich dazu. Wollt ihr gleich antworten oder noch ein bisschen sammeln? Wir sammeln erst mal so ein paar Anfragen und ich würde dann nach einem kleinen Block an euch hervorgeben, Anfragen oder Bemerkungen aus der Fraktion. Susi. Also erst mal vielen Dank für den Vortrag. Ich würde mal ganz hinten anfangen, weil es natürlich auch politisch mein Fach betrifft. Ich bin grundsätzlich gegen Zugangsbeschränkungen zum Studium. Das trifft den NC, das trifft genauso Eingangstests. Alle Bewerberinnen und Bewerber haben in der Regel oder das ist ja die Eingangsvoraussetzung für ein Hochschulstudium auch für Medizin des Abiturs, der Hochschulreife. Und das ist aus meiner Sicht eine ausreichende Bedingung, um auch Medizin zu studieren. Als zweiten Punkt dazu vielleicht, wir diskutieren ja seit langer Zeit und das trifft möglicherweise auch die Frage aus dem Chat, den Hochschulzugang für Berufserfahrene ohne Abitur. Was bedeutet, es gibt eine Berufsausbildung von zwei bis drei Jahren, im Gesetz steht, glaube ich, zwei Jahre im Moment, und eine Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren. und danach ist der Zugang zur Hochschule erstmal per Hochschulgesetz zugelassen. Was die Hochschulen daraus machen, ist natürlich den Eingangstest, die in der Regel einem Abitur gleichen. Das ist nicht fair, aus meiner Sicht. Deswegen bin ich an diesem Punkt, wenn man Eingangstests macht, die Landesregierung schnickt gerade ein Probestudium vor, was ich auch für falsch halte, weil das vergeudete Lebenszeit ist, bin ich dafür, dass man lebenswertige Tests macht und das macht zum Beispiel auch das Land Hamburg schon, die mit der Lebenserfahrung der Menschen zu tun haben, aber nicht das Abitur unterbeten müssen. Von daher, an dem Punkt würde ich vorschlagen, Zugangsschnüsseln zum Studium der Medizin nicht zu beschränken. Wir wissen alle, dass das Studium der Medizin kein leichtes ist und es da von sich aus schon sich zeigen wird, wer das Studium besteht und wer nicht. Johanna? Ja. Also es war ein sehr guter Vortrag mit vielen Anregungen und als erstes möchte ich mal zu dem Punkt Selbstverwaltung kommen. Selbstverwaltung ist natürlich eigentlich immer gut, hört sich auch gut an, aber wenn natürlich die Aufsplitterung in so viele Verbände und Kassen passiert, dann wird es auch kontraproduktiv. Die Linke sagt ja nicht umsonst, zum Beispiel auf Krankenkassenebene, Krankenkassenebene, eine gesetzliche Krankenversicherung, weil dann auch diese Konkurrenz und der Wettbewerb wegfällt und auch viele Overhead-Kosten, also Kosten, die für jede einzelne Institution oder Organisation aufgebracht werden müssen, wegfallen. Ich möchte auch unterstützen, dass der Numerus Clausus aufgehoben oder zumindest angehoben wird, weil ich glaube, dass die Realität in unserem Land schon so ist, dass oft die Berufswahl Arzt aus Prestigegründen gemacht wird und auch Einkommenserwartungsgründen und dann ist man nämlich wieder beim Landarzt, wo man sagt, da kann man aber nicht so wirklich viel verdienen, deswegen wollen wir nicht Landarzt werden und da muss sozusagen dieses ganze Image etwas verändert werden, da hast du gute Vorschläge gebracht, auch Menschen, die schon im medizinischen Bereich arbeiten und Berufserfahrung haben, dass die leichter Zugang zum Studium haben, sodass der Beruf Arzt auch wieder Berufung wird, mehr Berufung als zu sagen Prestige und Einkommenserwartung werden damit erfüllt. Mir hat auch gut gefallen, was du diskutiert hast mit den Fragen zum Beispiel Landambulatorium. Ich sehe aber da schon das Problem, dass wir da grundsätzlich die Abrechnungssysteme verändern müssen oder das Abrechnungssystem grundsätzlich verändern müssen, sodass zum Beispiel es eben möglich wird, dass Sprechstunden in diesem Landambulatorium gehalten werden oder auch, dass auch Hausbesuche wieder möglich werden, weil wir haben ja schon auf dem Land, in den ländlichen Regionen das Problem, dass zum Beispiel der ÖPNV, das hast du auch angesprochen, ausgedünnt wird und dass die Leute, die jetzt nicht so akut krank sind, dass sie den Rettungswagen holen müssen, das Problem haben, wie kommen sie zum Arzt. Das muss aber auch finanziert werden. Und einen Punkt möchte ich noch ansprechen, da würde ich dir ein bisschen widersprechen mit der Kinderheilkunde, dass das nicht in jedem Krankenhaus passieren muss. Da würde ich mir auch nochmal eine breite Diskussion wünschen und das ist vielleicht auch möglich in der Anhörung, weil meiner Ansicht nach ist es ja gerade so, wenn Kinder krank werden und du verlegst sie dann weit weg. Kinder brauchen auch für ihr psychologisches Wohlbefinden eine Nähe zu ihrer vertrauten Umgebung und deswegen würde ich dafür plädieren, Kardiologie und so weiter kann man zentral machen, Kinderheilkunde würde ich eigentlich vor Ort lassen, würde ich nochmal in die Debatte bringen. Ja, Jörg möchte gleich selber antworten. Kannst du die Fragen aus dem Chat gleich mitnehmen? Ja, ich fange bei den Fragen aus dem Chat an und komme dann zu dem gleich, was Susanne gesagt hat. Zulassung einer Krankenschwester zum Medizinstudium, wie viel Berufserfahrung muss er haben? Dazu müssen Kriterien für solche Sachen festgelegt werden bei den Studienvoraussetzungen und Studienzulassungen. Bei dieser Diskussion und was Susi gesagt hat, keine Beschränkungen bei der Zulassung zum Studium. Ich möchte aber nur hier einwerfen, das will ich nur jetzt in den Diskussionsprozess einwerfen, wo wir drüber nachdenken müssen. Da werden wir auch streiten müssen. Es hat schon mal irgendein Politiker, ich glaube das war aus dem Reihen der FDP, so ein Vorschlag schon mal gemacht. Ich habe den Diskussionsprozess draußen erlebt. Erstens haben wir es hier mit Ständen zu tun. Zweitens sind Ärzte aber auch Menschen, wo wir als Patienten uneingeschränktes Vertrauen ja in die haben. Ich will auch nicht, dass wir den Diskussionsprozess führen, Arzt kann jeder werden. Ich muss mich zum Arzt berufen fühlen, aber ich muss auch die Gewähr haben, als Patient, wie draußen diskutiert wird. Das muss ich erst an dieser Stelle mal sagen. Auch das müssen wir berücksichtigen, dass ich weiß, wenn ich jetzt zum Arzt komme, der hat eine fundierte Ausbildung. Sag ich mal an dieser Stelle. Wir haben gesagt, Zugangsvoraussetzungen müssen dahingehend verändert werden, dass der eher sesshaft wird, weil der schon hier standfest ist. Im Dorf fehlt ein Arzt. Was kann ich machen unter den gegenwärtigen Bedingungen? Gibt es eigentlich nur eins, der Bürgermeister oder der Chef der Verwaltungsgemeinschaft, der muss bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung überhaupt erst mal erfahren, sagen, ob in diesem Planungsbereich noch eine offene Arztstelle ist. Damit ein Arzt sich niederlassen kann. Die Tabelle hatte ich ja vorhin genannt. So funktioniert das. Wenn die dann aber plötzlich sagen, in der Region haben wir genug niedergelassene Ärzte. Pech. Und das ist eben falsch. Deshalb sagen wir, brauchen wir diese Struktur, so wie wir sie vorgeschlagen haben. Johanna, dir widerspreche ich ein bisschen. Müssen wir aufpassen, wie wir damit umgehen. Eine gesetzliche Krankenversicherung werden wir nicht schaffen. Und die Menschen haben auch Angst wieder vor einer Krankenversicherung à la, wie das schon mal war. Es gibt nämlich auch, also ich bin sofort bei allen, wir brauchen weniger Krankenkassen. Dieser Prozess läuft schon. Wir hatten mal über 400, jetzt sind wir bei 167. Das wird auch noch weniger werden. Aber es bestimmte Standeskrankenkassen, wie zum Beispiel die Knappschaft oder Innungskrankenkassen als solche Fachkassen, wird es weiterhin geben. Und wenn wir, gerade wenn man in der Diskussion mit Ärzten ist und so was, wenn wir zum Beispiel unser System der Bürgerversicherung übermitteln, denken viele, wir wollen die Einheitskrankenkasse haben. Bürgerversicherung ist nicht eine Einheitskrankenkasse. Bürgerversicherung ist, wie die gesetzliche Sozialversicherung und Krankenkasse finanziert wird. Ja, das ist. Aber ich gebe dir dahingehend recht. Also vier, fünf Krankenkassen weichen vollkommen aus. Wir müssen ja bei dieser Sache auch noch eins bedenken. Das hatte ich vorhin nicht genannt. Wir haben es bei Ärzten mit der Freiberuflichkeit zu tun. Und das ist in bestimmten Bereichen für sie ein hohes Gut, freiberuflich zu sein. Also ich war beim Zahnarztverband in Hessen, die legen sehr hohen Wert auf die Freiberuflichkeit. Bei uns in Thüringen haben wir jetzt vor kurzem erst mit den Zahnärzten gesprochen, ist das schon wieder ganz anders. Ja, weil ich habe denen auch gesagt und im niedergelassenen Bereich ist es teilweise bei Ärzten auch so. Freiberuflichkeit, ja, haben wir als Linke aus meiner Sicht nicht dagegen, aber man wird das Prinzip nicht halten können, weil sich nicht genügend Ärzte auch niederlassen wollen, weil vielleicht das Finanzrisiko so schwer ist, also es wird dort eine Mischform gehen. Was du ansprichst mit der Kinderheilkunde, denn das Gesundheitsprozess werden wir noch in diesem Jahr haben, wenn es an die Krankenhausplanung rangeht. Wie groß muss eine Fachabteilung sein? Will ich jetzt nur auf der Stelle sagen, dann gehst du zu den Krankenkassen und auch zu den leitenden Krankenhausärzten, die sagen, wir brauchen eine Fachabteilung, die müssen 365 Tage im Jahr besetzt sein. Und dazu brauchen die genügend Fachärzte und das müssen mindestens fünf Fachärzte sein, um den Dienst abzudecken. und dann sagen die mir, also Herr Kupitzki, was wollen Sie denn, wenn Sie jetzt mal eine Knieoperation, Beispiel, Hinken, aber sag mal, Knieoperation haben, gehen Sie da dahin, wo der Arzt vielleicht mal im Vierteljahr eine Operation macht oder gehen Sie lieber zu dem Arzt, der das die ganze Woche macht, weil der das Know-how hat, die Weiterbildung haut dort besser hin und der gleich mehr. Sage ich im ersten Moment als Patient, gehe ich dahin, der da Erfahrung hat. Gehst du zu den Krankenhäusern, sagt ja der Krankenhausverwaltungsleiter, also Herr Kupitzki, alles Quatsch. Mit drei Ärzten können wir die Abteilung auch aufrechterhalten, wir haben ja Rufbereitschaft. Zweitens haben wir noch Ärzte in anderen Abteilungen, wenn mal Notfall ist und der Arzt, der im Quartal nur dreimal so eine Operation durchführt, der geht viel gewissenhaft daran, weil der alles richtig machen will, wie der, der das als Routine braucht. Mit diesen Fragen wirst du dann im Prinzip konfrontiert. Aber uns sollte es darum gehen, was ist für den Patienten gut und vor allem auch es geht darum, können wir unsere Krankenhäuser erhalten. Wenn ein Krankenhaus alle Fachabteilungen vorhält, das sage ich mal, das schafft das bei der Krankenhausdichte, wie wir sie in Thüringen haben, nicht. Da gehen Krankenhäuser krachen. Und das muss nicht sein. Das sollten wir verhindern. Wir brauchen eine flächendeckende Grundversorgung der Krankenhäuser und ich sage, wie gesagt, um Kinderheilkunde, gebe ich dir recht. Wenn wir das aber in den Planungsregionen machen, sind die Wege auch nicht so groß. Und Kinderheilkunde meine ich unter anderem auch. Ich habe selber mal im familiären Bereich erlebt, mein Sohn ist mal operiert worden und lag mit einem 80-jährigen Opa dann in dem Zimmer in der Chirurgie. Das hat nun mit Psyche für Kinder nun gar nichts zu tun. Also über solche Sachen muss man eben mal nachdenken. Das wird ein Diskussionsprozess sein. Da wird es harte Diskussionen geben, bin ich mir bewusst. Nur mal eine Zwischenfrage. Warum sind denn die Planungsregionen quantitativ erweitert worden? Warum sind es mehr geworden? Weil überall geht ja der Prozess zur Zentralisierung von Einrichtungen hier in kleinere Regionen. Also das ist jetzt hat nicht mit Ganghäusern zu tun, hat mit der Niederlassung der Ärzte was zu tun. Kannst du das vielleicht noch mal anwerfen? Diese Karte ist das. Wir hatten das bis jetzt ja, also ich finde es als was Positives an, dass die Regionen kleiner geworden sind, finde ich als Positiver an, weil ich hatte einen großen Landkreis und da eine gewisse Anzahl X Ärzte, die dort zugelassen werden. Da ist mir doch gar nicht gekonnt, wenn diese Ärzte alle in der Kreisstadt sind und in den ländlichen Räumen weniger Ärzte. habe ich jetzt diese Planungsregionen oder Planungsbereiche kleiner gemacht, habe ich ganz andere Rechnungsgrundlagen für die Niederlassungsmöglichkeiten in diesen etwas kleineren Regionen. Also ich finde das als im Prinzip einen Vorteil an. Negativ finde ich an, dass man diese Demografiezahlen hochgesetzt hat. Auf meiner Liste stehen jetzt Thilo, Margit und Susi. Den Chat zwischendurch, dann machen wir das. Thilo, wir lassen mal kurz die Fragen aus dem Chat. Ja, vielen Dank. Wir haben also auch noch eine Frage und zwar ob Gemeinden selber Krankenschwestern anstellen können und dürfen und wer gegebenenfalls dort das finanziert. Gut, Thilo? Ja, auch von mir erst mal vielen Dank für die Arbeit zu einem ja doch sehr wichtigen Thema im ländlichen Raum. Ich finde es erst mal gut, dass ihr die Pflege mit eingebunden habt, weil ich denke die Zahl der Menschen, die sagen, ich möchte in meinem Dorf auch alt werden können, meinen Lebensabend genießen, auch wenn ich Hilfe brauche, die ist recht hoch und vielleicht muss man da sogar noch überlegen, wie man über diesen Pflegestützpunkt, der ja Beratung, Anleitung zur Pflege gibt, vielleicht noch ein Stück weit hinaus überlegen kann, dass man vielleicht auch die Möglichkeiten der Pflegeversicherung nutzt und bündelt, dass wenn es in den Dörfern Menschen gibt, die andere pflegen, die vielleicht nicht nur einen, sondern zwei, drei Menschen pflegen, sodass das dann insgesamt auch irgendwo ein Stück weit mehr Möglichkeiten offeriert und dass sowas an so einem Stützpunkt koordiniert wird. Was ich zu der Frage Krankenhäuser noch sagen wollte, wir hatten die Diskussion ja hier schon mal um den Krankenhausplan, da hatte ich die Frage gestellt, wieso nicht auch der Versorgungsauftrag an eine Erreichbarkeit in einer bestimmten Zeit gekoppelt wird, bei bestimmten Dingen. Also ich hatte das am Beispiel Gynäkologie angesprochen, weil damals strittig war, ob in Hildburghausen die Abteilung aufrechterhalten werden soll und für mich dann die Frage stand ja, wenn ich dann 20 Minuten, 30 Minuten oder eine halbe Stunde länger fahren muss in das nächste Krankenhaus, wie geht das, wenn man es manchmal eilig hat? Und es gibt ja bestimmte Dinge, wo man es auch manchmal wirklich eilig hat. Das wäre für mich ein Punkt, bei der Feuerwehr haben wir verpflichtende Erreichbarkeiten, ob man solche Dinge nicht für einzelne Fachabteilungen eventuell mit festlegen sollte. Eine andere Geschichte, du hattest gesagt, dass wir darüber nachdenken, in der regionalen Planungsgemeinschaft ein Krankenhaus mit Vollfunktion, also mit allen Fachabteilungen zu haben. Mit hochspezialisierten? Ja, naja, die Frage ist, ob man nicht alle hochspezialisierten notwendigen Abteilungen innerhalb der regionalen Planungsgemeinschaft vorhalten sollte. Also ich würde es lieber so verstanden haben, dass es durchaus mehrere Krankenhäuser geben kann, die sich das einteilen. Es muss aber in der regionalen Planungsgemeinschaft draufgeguckt werden, dass also alle notwendigen Abteilungen da sind, in einer bestimmten Erreichbarkeit. Das kann sich aber auf die verschiedenen Häuser, die man dort hat, entsprechend aufteilen. Also ich möchte mir nicht den Streit in der regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen vorstellen, zwischen Meiningen, Suhl und Eisenach, wer jetzt welche entsprechende Abteilung dann dort vorhalten darf. Als letztes, wir haben einen Klinikverbund bei uns in Hildburghausen. Ein kommunaler Klinikverbund, ich bin auch sehr dankbar dafür, weil die Zusammenarbeit schon eine ganze Reihe von Effizienzgewinnen mit sich gebracht hat, die das Überleben der kommunalen Krankenhauslandschaft ermöglicht. Was man dabei aber feststellen muss, ist, dass die Aufgabenwahrnahme eines Krankenhauses schon auch ganz massiv dafür sorgt, wie denn die Finanzen des Krankenhauses aussehen. Also ob das rentierlich ist oder nicht, wenn ich sage, einen bestimmten Bereich gliedere ich bei euch aus und im Rahmen der Aufgabenverteilung wird der jetzt in einem anderen Haus wahrgenommen, dann kann das schon dazu führen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Krankenhauses massiv unter dieser Entscheidung leidet. Also ich glaube, da muss man auch darüber nachdenken, wie man dann einen gewissen Ausgleich schafft, weil sonst können wir Häuser ruinieren, indem wir sagen, diese Abteilung geht bei euch weg, geht woanders hin. Margit, Susi und Ina würde ich jetzt noch dran nehmen und dann nochmal nach vorn geben und gegebenenfalls nochmal fragen, ob zwischendurch aus dem Chat noch Anfragen kommen. Ja, zwei Dinge. Einmal nochmal Zulassungsvoraussetzungen für das Studium. Ich glaube, einen Blick müssen wir haben, dass ich prinzipiell der Meinung bin, dass für bestimmte oder für alle Berufe immer nur bestimmte Menschen geeignet sind, einfach von ihren Voraussetzungen. Und wenn wir das im Blick haben, was vor allen Dingen im medizinischen Bereich, was ja mit Menschen zu tun hat, auch ganz viel mit sozialer Kompetenz zu tun hat und nicht nur die Leistungsfähigkeit und das Wissen einfach eine Rolle spielt, wenn solche Voraussetzungen einfach da sind, dann spielt die gute Benotung erstmal nicht die ganz entscheidende Rolle. Das vielleicht dazu. Man kann, oder ich will es abschließend sagen, man kann natürlich nicht sagen, dass alle Menschen für so einen medizinischen Bereich geeignet sind. Eine zweite Frage, also zweite Diskussion will ich aufmachen. Wir haben natürlich das Problem, dass wir diese unterschiedlichen Kreise haben, einmal der medizinischen Versorgung, einmal der Pflege. Das hatten wir vorher nicht und da liegt auch der gravierende Unterschied der Gemeindeschwester einfach drin, den wir momentan aufgrund der Gesetzgebung nicht auflösen können. Eine Gemeindeschwester zu DDR-Zeiten, also Schwester Agnes, das gab es nicht, das unterschieden worden ist zwischen Pflege und medizinischer Versorgung. Heute ist das so und der Arzt verordnet im Prinzip die medizinische Versorgung und ansonsten hat die Pflegekasse den Teil der pflegerischen Versorgung zu leisten und unter dem Gesichtspunkt auch Landambulatorium zu sehen, dass halt dort sagen wir mal ein enger Kontakt zu Pflegediensten etc. hergestellt wird. Das wollte ich einfach noch mal sagen, dass das natürlich notwendig ist und dass das bei unserer Betrachtung der Ausgestaltung von medizinischer Versorgung, pflegerischer Versorgung im Landgebiet natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Und ich habe eine Veranstaltung besucht der Landesseniorenvertretung, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und dort bin ich insofern erschrocken, da bin ich insofern erschrocken, dass man den Schwerpunkt von bestimmten Ministerien darauf legt, dass man die mit der medizin verbundenen medizinischen Versorgung immer mehr verbundenen Technik, und das muss man ja einfach sagen, dass unsere medizinische Versorgung ganz massiv mit wissenschaftlich-technischem Fortschritt, also hochkaridischen Geräten verbunden ist. Und man will Busse, man will Kleinbusse. Also dort wurde eine gynäkologische Station im Kleinbus vorgestellt. Also das erschreckt mich dann schon. Also wenn ich auf dem Land von Ort zu Ort fahre und auf dem Parkplatz vor der Kaufhalle medizinisch versorgt werden soll, auch in solchen Bereichen. Also und das wollte ich noch mal sehr deutlich sagen, dass unser Landambulatorium oder dieser Vorschlag natürlich genau dem entgegensteht und wir das einfach anders organisieren müssen, aus meiner Sicht. Sie hat dann auch immer die Frage von technischer Möglichkeit und menschlicher Zuwendung. Ja, also ich will erst mal vorausschicken, dass ich auch finde, dass es eine gute Diskussionsgrundlage ist. Aber was man, glaube ich, beim Gesundheitswesen wirklich immer so deutlich sagen muss und was wir gerade in Südthüringen, Jakobicki hat es angemerkt schon, erleben, es tobt im Gesundheitswesen ein Konkurrenzkampf sondersgleichen. Und das gefällt uns nicht als Linke, das ist klar, weil wir auch nicht wollen, dass Gesundheit eine Ware ist. Und wir wissen auch, dass Bürgerinnen und Bürger eben medizinische Versorgung nicht nach der Statistik in der Hand bemessen, sondern nach dem, was ihr ganz reales Empfinden ist, wie lange sie in Wartezimmern sitzen, wie lange es dauert, überhaupt eine Verordnung einlösen zu können, eine Untersuchung zu bekommen. Und deshalb denke ich, dass wir wirklich auch was die Krankenhauslandschaft im Kontext mit der ambulanten Versorgung angeht, wirklich noch mal überlegen müssen, wie man das günstig macht. Also ich teile die Auffassung, die ja hier auch gesagt wurde, dass es in jeder Planungsregion ein Krankenhaus der medizinischen Schwerpunktversorgung geben muss. Das hat doch was mit Stand der Kunst und hochwertiger Technik, Margaret Jung hat gerade davon gesprochen, und den Möglichkeiten, die Medizin heute bietet, zu tun. Und darum gruppieren müssen wir andere, die sind ja schon da und die haben auch eine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, die Stärkung auch der Krankenhäuser der medizinischen Schwerpunktversorgung, dass die sich nicht kaputt konkurrieren, bei einer sinkenden Bevölkerungszahl, aber bei deutlich, bei einer alternden Bevölkerung, die natürlich auch häufiger krank ist. Ja, das halte ich für sehr wichtig. Die, dafür, wo wir sehr eingetreten sind in den letzten Jahren und was ja auch zum Teil Früchte getragen hat, das sind die medizinischen Versorgungszentren. Ich glaube, dass man auch Landambulatorien unter solchen Gesichtspunkten weiterentwickeln kann. Die medizinischen Versorgungszentren werden auch zunehmend im Kontext mit Krankenhäusern entwickelt. Und jetzt muss man wirklich nochmal aufpassen und da hätte ich zumindest nochmal, aber auch Beratungsbedarf, Diskussionsbedarf mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Ist es nicht manchmal auch besser, eine Ermächtigung für ein Krankenhaus zu erteilen, bestimmte Leistungen medizinischer Versorgung zu übernehmen, wenn sozusagen in der Fläche das im ambulanten Bereich nicht möglich ist. Das halte ich für wichtig und das ist nur sehr schwer möglich. Das hat was mit dieser Konkurrenz zu tun, aber da sollten wir vielleicht nochmal dranbleiben, weil es geht wirklich in allererster Linie um eine optimale Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen. Dann Susi und ich frage in Richtung Stefan, ist dann noch was einzuwerfen, weil ich würde dann an Jörg nochmal nach vorn geben und André hat sich auch gemeldet, damit wir in dem Zeitrahmen bleiben. Gudrun auch. Wie sieht es mit dem Zeitrahmen aus? Können wir leicht überziehen? Fragen gibt es momentan hier bei uns aus dem Chat keine, aber zwei kurze Kommentare. Zum einen wird Johanna recht gegeben mit dem Hinweis, dass Kinderärzte doch vor Ort bleiben sollen und zum zweiten wird angemerkt, dass im Wartburg-Kreis Fachärzte, insbesondere Augen- und Hautärzte fehlen. Das waren jetzt die aktuellen Dinge. Susi hat zurückgezogen, Gudrun hat zurückgezogen. André? Ich will zwei Gedanken kurz aufgreifen. Das ist einmal der Gedanke ländlicher Raum, die Versorgung und der damit verbundene Aufwand, den Ärzte zunehmend haben. Es ist ja nicht nur die Frage, dass man junge Ärzte, Ausgebildete in den ländlichen Raum ziehen möchte, durch attraktive Angebote, Arztpraxis, gegebenenfalls Patientenkarteien übernehmen, etc. Die jetzt schon vor Ort sind, haben ja auch die Probleme. Also bisher war sozusagen die Frage des Einzugsgebietes eines Landarztes statistisch gesehen, ich weiß von Süd, Südthüringen etwa 20 bis 30 Kilometer im Radius. Im Radius. Jetzt ist er mittlerweile bei fast 50 angekommen. Und jetzt, jeder kann natürlich über den Radius nachdenken, wenn er von der einen Ecke bis zur anderen kommen muss, was bisher vielleicht 50 Kilometer gewesen ist, innerhalb seines Gebietes muss er jetzt auf 100 gehen. Und das, wenn dann im Winter noch Schnee liegt, dann ist natürlich kaum noch die ärztliche Versorgung möglich, geschweige denn, was er für den Aufwand betrieben hat. Ich will also ausdrücklich betonen, hier müssen andere Gelder fließen, damit eben auch die zunehmenden Aufwendungen von Ärzten im ländlichen Raum abgedeckt werden. Zweiter Gedanke, ich will auch zur Zugangsberechtigung durchaus noch was sagen. Wenn damit gemeint ist, keine Zugangskriterien einzurichten, um die Chancengleichheit bei der Erreichung beruflicher Ausbildung zu bekommen, ja, dann ist das richtig. Ja, aber ich spiele heute mal den Mic, ja, der nicht da ist, der mich beauftragt hat, die Kosten im Blick zu behalten, ja. Ja, nein, aber ihr wisst, und das brauche ich keinem zu erzählen, was der Studienplatz Medizin kostet. Und wenn jeder seine Chance gegebenenfalls bis zum Physikum oder darüber hinaus ausprobieren möchte, dann sind das auch gesellschaftliche Ressourcen, die man gegebenenfalls durch ein wie auch immer geartetes Wertesystem, würde ich es mal benennen, ja, durchaus in den Blick bekommen kann und damit auch steuern kann. Ja, die Abbruch oder die Erreichungsquote, muss man ja wissen, das große, das Physikum, 40 Prozent, 40 Prozent erreichen, nicht das erste Physikum zwei, also nach zwei Studienjahren, also nach dem vierten Semester. Also nein, das hat doch damit gar nichts zu tun. Man soll es doch im Blick haben. Das ist genau die Reaktion, die Mike Huster immer nicht mag, wenn er auf irgendwas hinweist, indem er sagt, nehmt das bitte auch im Blick. Chancengleichheit, ja, und dennoch müssen wir auf gesellschaftliche Ressourcen achten. Jetzt hätten wir die kontroverse Diskussion, die wir jetzt nicht mehr führen können, müssen wir also uns aufschreiben, wobei ich muss einfach die Anmerkung noch gestatten. Noch mehr als der finanzielle Aspekt wäre mir die Frage im Mittelpunkt zu stellen, ob ich ein Medizinstudium aus ständischen Gründen aufnehme und dann vielleicht es mir leisten kann, ewig lange zu studieren oder ob ich es aus innerer Berufung aufnehmen kann. Aber das ist tatsächlich ein weites Feld. Jörg, du darfst das Feld noch einmal abschließen. Ja, ich darf es abschließen, aber wir erkennen jetzt alleine aus diesem Diskussionsprozess, den wir jetzt schon haben, wie doch unterschiedlich die Meinungen sind und wie schwierig dieser Diskussionsprozess gerade auch für uns als Linke sein wird bei dieser Sache. Das ist mir auch heute klar gewesen und mir war auch klar, es wird unterschiedliche Meinungen geben. Aber wir werden das erste Mal mit uns diese Meinung stellen müssen, wenn wir die Novellierung des Thüringer Krankenhausgesetzes hier in der Fraktion diskutieren. Aber zu den einzelnen Fragen, die eine Chatfrage war, kann jetzt schon eine Kommune oder ein Dorf eine Gemeindeschwester anstellen? Kann es nicht. Selbst wenn das Dorf jetzt das Geld hätte. Das Problem ist, welche Aufgaben hat dann diese Gemeindeschwester zu erfüllen und in wessen Auftrag erfüllt die? Also es geht um die Frage, wie wird eine Gemeindeschwester zugelassen, weil es muss alles festgeschrieben und festgestellt werden und jemand muss die Gemeindeschwester zulassen. Bis jetzt das, was Karius vorgeschlagen hat oder dieses Modellprojekt in Sommer da, das heißt, diese Schwester Vera muss an eine Arztpraxis oder an einen MVZ gebunden sein und muss immer im Auftrag des Arztes handeln. War zu DDR-Zeiten auch so. Die Gemeindeschwester hat das im Auftrag des Arztes gemacht. Die hat aber auch Notfallversorgung schon durchführen dürfen. Das dürfte sie jetzt nicht zu dieser Frage. Was Dilo gesagt hat, mit der Pflege einbeziehen, genau das wollen wir mal, ist besonders im ländlichen Raum wichtig. Aber was genauso wichtig im ländlichen Raum sein wird, das hat auch was mit sozialer Daseinsversorgung zu tun. Welche Wohnform haben wir zukünftig auch für ältere Leute im ländlichen Raum? Da kann ich nur mal, führt jetzt zu weit, könnte ich euch das Projekt in Kirchheiligen vorstellen, die da so was gemacht haben. Was Dilo noch gesagt hat, die Frage Kriterium Erreichbarkeit für Fachabteilungen. Grundsätzlich, was Grundversorgung, Notversorgung betrifft, jedes Krankenhaus ist so nach dem Entwurf jetzt des neuen Krankenhausgesetzes verpflichtet, Patienten aufzunehmen. Das ist erstmal gut so und das muss auch so bleiben. Gerade deshalb sagen wir ja, spezialisierte Fachabteilungen, damit die Wege nicht so weit werden. Wobei wir uns natürlich schon klar sein müssen, es wird hochspezialisierte Kliniken in Thüringen weitergehen, die Uniklinik in Jena, Zentralklinik in Bad Berger und dergleichen mehr. Also das kann auch kein Krankenhaus mit Schwerpunktversorgung erfüllen, solche Aufgaben. Die wird es gehen. Was Abteilung Gynäkologie betrifft, nicht zu verwechseln mit hier Geburtenstationen. Die sollte es ortsnah geben. Kinderärzte, was die Meinung jetzt im Chat war. Ich meine nicht, dass die Kinderärzte in den Planungsregionen aufgeteilt werden. Niedergelassene Kinderärzte muss es in jedem Versorgungsbereich, wie wir sie hier vorne haben, geben. Dafür ist die KV verantwortlich. Mir geht es um Abteilung der Kinderheilkunde. Das ist aber ein Schreibprojekt, da können wir Unterschiede. Klar, möchte ich auch jeden Tag mein Kind besuchen im Krankenhaus. Aber manchmal müssen wir so die Frage, sind jeden Tag Besuchszeiten manchmal gut? Das wäre jetzt ein nächster Diskussionsprozess. Ich möchte mich bei Margit nochmal bedanken, die wirklich gesagt hat, wir wollen keine mobilen Arztpraxen hier. Der rollende Zahnarzt oder sowas. Also das wollen wir nicht. Wir wollen dann eher, wir wollen eher, dass dann der Patient zum Facharzt gefahren wird. Und das Letzte müssen wir sagen in diesem Diskussionsprozess. Jawohl, das sollte der abschließende Satz so sein. Bei aller kontroversen Probleme, die auf uns drauf zukommen werden. Wir sollten als Linke immer sagen, und da bin ich bei Ina, für uns muss der Patient und die Versorgung des Menschen im Mittelpunkt stehen. Die ortsnahe, zeitnahe und qualitätsgerechte Versorgung der Menschen muss für uns im Mittelpunkt stehen. Und dazu brauchen wir Strukturen. Und für diese Strukturen muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen. Und da müssen wir aber auch als Linke feststellen, wir müssen aber mit den Gegebenheiten jetzt schon leben, wie sie sind und müssen die Gegebenheiten durch politische Neugestaltung politischer Rahmenbedingungen verändern. Aber bei der Krankenhaussache, ich nenne nur den Südtüringer Raum wieder, wir haben in Suhl das SRH Krankenhaus, wir haben in Meining eine private Klinik und in Schmackhalden eine kommunal. Das heißt, in einem Landkreis, Schmackhalden-Meining, haben wir zwei Krankenhäuser. Und die sind in Konkurrenz miteinander. Um so eine Krankenhauslandschaft hinzukriegen, wie wir sie hier vorschlagen, das ist ein breiter Diskussionsprozess und das wird auf Widerstände stößen. Das müssen wir an dieser Stelle sagen. Aber da müssen wir sagen, es geht um die Versorgung der Menschen vor Ort. Damit möchte ich es belassen. Ja, vielen Dank. Wir schließen damit den Livestream zwar ab, aber bei Weitem nicht die Diskussion. Es hat sich ja schon gezeigt, dass insbesondere die Vorbereitung auf die Krankenhausplanung...